Verschieben und Ausschneiden. Zwei Worte, aber nur eine Bedeutung. Text wandert von A nach B. So geht's. Markieren Sie den Text. Klicken Sie im Register Start auf das Symbol Ausschneiden. Klicken Sie ans Ziel und dann auf das Symbol Einfügen. So kopieren Sie Text. Markieren Sie die Textpassage. Klicken Sie im Register Start auf das Symbol Kopieren. Klicken Sie ans Ziel und dann auf das Symbol Einfügen. Es folgen zwei Abkürzungen. Für Nummer 1 setzen Sie die rechte Maustaste ein. Wie immer markieren Sie zuerst den Text. Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Markierung und wählen im Kontextmenü den passenden Befehl. Ausschneiden oder kopieren. Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste ans Ziel und wählen Einfügen. Die zweite Abkürzung verwendet Tastenkombinationen. STRG und C für Kopieren, STRG und X für Ausschneiden, STRG und V für Einfügen. Alternativ zu den bisher gezeigten Techniken können Sie markierten Text auch mit Hilfe der Maus verschieben und kopieren. So geht's. Markieren Sie den Text. Zeigen Sie mit der Maus in die Markierung und ziehen mit gedrückter linker Maustaste. Die Mini-Briefmarke rechts unterhalb des Mauszeigers signalisiert, dass sich Text im Reisegepäck befindet. Hat der Mauszeiger das Ziel im Visier, lassen Sie die linke Maustaste los. Verschieben wird zu kopieren, wenn Sie beim Ziehen die Steuerungstaste drücken. So geht's. OK. Untertitelung des ZDF, 2020